Da bin ich wieder. Und es ist nicht hier bei den Pulvern, sondern es ist hier bei den Molekülen. Da, Lithiumchloride-Elektrolyse. Was? Brauch Lithiumchlorid? Äh, ja. Ja, 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 ja. Da, Lithiumchlorid. Wo drin macht man das? Das macht man in einem Elektrolyzer. Okay. Okay. Das heißt, wir schmeißen jetzt das Ding da weg und bauen wieder einen davon. Den setzen wir da hin und dann passt das alles. Heißer, heißer, heißer. Gib mir den da hin. Lithium braucht Wasser. Ähm, okay. Dann bau bitte noch so einen Wasserdrill. Wasserboa, wie auch immer. Dann ein Ärmchen hier. Und dich da. Und du machst Wasser. Oh, Gott sei Dank. Okay, das ist jetzt Wasserstoff. Das ist weg. Das ist es. So. Und Ärmchen in rote Kiste. Rote Kiste beschränken auf drei. Damit haben wir jetzt sowohl Lithium-Perchlorat als auch Carbon-Lithium-Kobalt-Oxid. Und können damit jetzt die Batterien herstellen, wenn wir noch Carbon anfordern. Okay, fordere Carbon sofort an. Gotcha. So. Tatatata. Achso, und Plastik. Ja. Ah, Plastik. Was fehlt jetzt noch? Multi-Layer-Circuit-Board. Multi-Layer-Circuit-Board muss mit Feric, was auch immer, hergestellt werden. Ist so eine Arbeit. Kein Problem. Wenn ich hier nach irgendwann mal wieder Vanilla spielen sollte, weil irgendeine top aktuelle Vanilla-Version rauskommt. Ich werde sowas von irritiert sein, wie wenig Möglichkeiten es gibt. Wo ist Feric? Da. Hier sind auch die anderen Sachen davon. Gut. Dann mach bitte hier eine Fabrik hin, die die herstellt. So. Und du hättest gerne Gold, Kupfer und Fiberglas. Was habe ich gesagt? Gold, Kupfer und Fiberglas-Board da. Ruhig mischen weniger. Nicht Gold und so. Hier rein, hier raus. Fiberglas. Also die Roboter sind immer noch ausgerastet, ne? Jo. Alle zusammen. Aber kein Problem. Wir haben gleich blaue Chips. Und wenn wir blaue Chips haben, haben wir noch bessere Roboter. Und dann passt das schon alles irgendwann irgendwie. Da ist Fiberglas. Und schneller. So. Und die ersten blauen Chips. Und damit auch bald die ersten davon. Warum brauche ich Silikon-Nitrit in meinem Inventar? Gib, gib, gib mir Silikon-Nitrit. Da. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Aber wir haben so viel Zeug in letzter Zeit gebaut, dass wir das auch bestimmt irgendwo haben, richtig? Hier. Zwei davon. Und verdoppelt? Wo sind die Roboter? Da. Ja, einer verdoppelt. Pew, pew, pew. Ich kann sie noch sehen, wenn sie sich fortbewegen. Also es gibt bestimmt noch schnellere. Okay. Äh. Du. Gib mir alle davon. Ich hätte gerne... ...mehr. Ich glaube, ich fange erst mal ein paar ein. Wo fliegt ihr gerade am ehesten lang? Überall. Ja gut. Bleib einfach stehen und halt die rechte Maus. Was hast du gedrückt? Hier ist ein guter Knotenpunkt. Dumm, dumm, dumm. Ich störe sie gerade bei der Arbeit. Ist egal. So, wie viel habe ich? Genochen. Jo, bau die da alle. Was fehlt? Es fehlen die CPUs, die ich hier herstellen lasse. Zap. Ja, hängt jetzt nur in den blauen Chips, die ich auch noch nicht automatisiert habe. Und die... Ich weiß gar nicht, ob ich das so schnell automatisieren werde. Also ja, in zehn Folgen spätestens. Aber bis dahin haben wir eigentlich noch ganz viel anderes zu tun. Ich hätte aber jetzt immer ganz gerne genug davon auf Lager. Also von den Zwischenkomponenten, dass ich immer so zwischendurch ein bisschen was da aufgucken kann. So. Neue Forschung wäre möglich. Wir forschen dann mal weiter in Richtung... ...das da... ...Research. ...Und weil es eine von den Sachen waren, die ich regelmäßig machen wollte. Einmal hier. Einmal da. Blub. 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 Was sagt Strom? Strom sagt es okay. Und inzwischen stehen die 300, 400 Solar Panels in grün schon viermal so viel her wie die Power Plans. Das heißt, es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis wir sie abreißen können. Wobei ich mir relativ sicher bin, dass die Power Plans wieder nur mit, keine Ahnung, 20% Leistung... ...mit gar keiner Leistung laufen, weil ich sie vergessen habe, richtig zu drehen. Und wenn da kein Wasser ankommt. Äh. Hab ich dir irgendwas kaputt gemacht? Die hier laufen mit 100% Leistung. Die hier sind nicht angeschlossen. Warum nicht? Weil nicht genug Wasser da ankommt. Ja, richtig. Weil wir nur zwei Boiler haben, statt eigentlich, keine Ahnung, vier oder so, die wir bräuchten. Weißt du was? Weißt du was? Wie viele... Wie viele Akkus und Solar Panels haben wir gerade noch? Wir haben zehn Solar Panels nur und 13 Akkus. Ne, lass doch mal ein bisschen. Du lass bitte frei, die Jungs. Und mach Inventar mal leer von dem ganzen komischen Zeug. Genau, komisches Zeug. Bäh. Äh. 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 Heute, weg. Weg. Inva, weg. Kisten, die nicht dahin gehören. Chemical Plans. So. Irgendwelche Unter-MK4-Drills können weg. Die da können weg. Leichen können weg. Äh. Nee, die Kristalle brauche ich. Hm. Ja. So, lila. Solche Bretter könnten wir jetzt auch schon herstellen. Hat dich eigentlich die blauen Logistic Bonds schon automatisiert? Ja, ich glaube, von ein paar Folgen ist okay. Raw Productivity Modul. Produktivität plus 15%. Keine Abzüge. Äh. Moment. Plus 5% auf Stufe 1. Was machen die dann auf Stufe 1? Äh, die rosanen. Dum, dum, dum. Auch 5%. Ha. Was, was, was brauchen wir da noch? Module Effect Combining. Okay, erforscht erstmal die Pollution Clinic Module. Also müssen wir doch die auch später auf Stufe 5 bringen, damit wir die roten auch auf Stufe 5 bringen können. Grüne Module. Weniger Consumption, weniger Stromverbrauch. Papalabap. Wir brauchen nur nicht mehr Stromverbrauch. Wir brauchen nicht weniger. Das ist schon okay. Mach den da. Oh, das ist schick. Das ist echt schick. Heißt, wir müssen noch weniger Gedanken um den Strom machen. Was immer eine gute Sache ist. Äh, Eisen. Das war auch eine... Uh, Gott. Links, 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 links. Was? Nein. Woher nimmt ihr auf einmal Eisenplatten? Da läuft gerade was schief. Jetzt könnten wir aus Versehen Stahl herstellen. Das ist nicht gut. Ich habe Schrift rechts, Schrift links gemacht. Und trotzdem hat er statt Eisen erz, plötzlich Eisen hergestellt. Äh, die, 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 die... Jar Jar Binks. Was? Mach hier. Okay, ich ignoriere das jetzt. Und ich nutze die Zeit lieber, um schon mal die ersten Eisenplatten hier hinten herzustellen. Lauf. Lauf. Ähm. Das da. Lauf, 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 lauf. 58 Gigajoule. Das ist doch ordentlich. So, und hier. Immer ein frei. Also hier wird keine Stromanbindung angezeigt, aber es ist eine vorhanden. Dank dem da. Okay. Ähm. Du. Zip, zip, zip. Zip, zip, zip. Ihr macht bitte Eisenplatten. Schubt rechts, schubt links, schubt links, schubt links, schubt links. So. Wie viel habe ich davon noch? Zwei. Eins, zwei. Oui, oui, wir werden angegriffen. Das kommt bei weitem hinterher. Aber viel, viel mehr von. Bitte gib mir mehr Engines. Und jetzt kann ich versuchen, das hier hinten irgendwie zu fixen. Mit Speedmodulen, richtig? Hatte ich auch vorgehabt. Da ist Speedmodule. So. Und ich könnte jetzt auch alle die Kupfernen zu Eisen umwandeln, aber dann habe ich bald ein Kupferproblem. Und das reicht mir, wenn ich ein Problem habe. Nicht zwei. Dann zeigt mir die Kiste. Bei 38 Kupfer hält eine Weile. Okay, mach noch ein paar davon. Ich kann euch nicht umstellen. Was ist hier los? Jetzt geht's. Hm. Die Autosaves dauern auch mal länger. So. Das sollte doch erstmal reichen. Hier sind allerdings noch 0,5er bei. Was nicht so schön ist. Also versuchen wir ein paar davon zu ersetzen. Äh, jo. Besser. Das sind die ganz alten. Ersetze die ganz alten. Durch eine Stufe besser. Ersetze die durch noch eine Stufe besser. Ich mache das jetzt so von Hand, damit ich hier keine Überläufe habe. Aber wenn ich sofort auf die Vierer gehen würde. und unterwegs verdoppelt sich eine eine, dann haben wir da wieder Rammschüger. Das ist ein bisschen doof. So. Wahaha. Okay, die. Wie ist es hier los? Ja, da ist das passiert, was ich befürchtet habe. Da haben sie aus Versehen versucht, Stahl herzustellen. Und hier? Auch. Alles kaputt gemacht. Jetzt aber wieder, ne? Gut. Und das sind alles schon Zweier-Förnisse? Richtig. Aber alle ohne Speedblood. Oh, Speedblood sind alle. Das könnte jetzt gut schon Strom gehen. Allerdings sollte das Eisen wieder auftauchen. Sieht man das schon unten irgendwo hochkommen? Der unterste Bild, den ich sehen kann, ist 800 rum. Ja, das wird eine Weile dauern. Erst dann werden jetzt ja alle Eisenkisten wieder aufgefüllt und so. Aber hey, positive Notiz. Wir haben Roboter, die nichts zu tun hatten. Zwar nicht besonders viele, nur 20 Stück. Aber hey, das ist alles nichts. Ich hätte gerne die ganzen Sachen da. Ja, damit. So, Forschung wird nicht gemacht, weil was fehlt? Oh. Das braucht Grausachen in dem Modul-Labor? Okay. Habe ich auch nicht eingestellt. Geh mal da runter. Und fordere auch die grauen Sachen an. Die da. Zehn Stück. Schrift rechts, schrift links, schrift links, schrift links, schrift links, schrift links. Links, 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 links. Sollte jetzt überall da sein. Ja, er ist in Kamara geflogen. Forschung wird los. Okay. Euch rauslassen. Was fehlt hier? Schiffelsäure. Weil keine Schiffelsäure unten mehr gestellt wird? Ähm. Okay. Wo war jetzt Schiffelsäure ein Abfallprodukt? Bei irgendeiner Sache war es das. Hier. Nickel. Wir haben kein Nickel-Erz mehr. Wir haben keine Fässer mehr. Doch, haben wir. Hä? stockstheorie. 登録. buddy. ereum 60 mhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Vielen Dank.